und wieder willkommen zurück zum ein paar Töckige Sprung war gleich mal ein Fail der Sprung hier oben raus was hab ich hier auch erwartet ich bin auch da Leute ich bin hier ganz hinten also ihr hört mich nicht ich bin auch kein Zweig nein er ist weg vom Spiel er ist nicht da oh das ist ein Sniper, das ist ein Sniper, das ist ein Sniper und er ist rot ja falls ihr wissen wollt bei Spiele spielen Nightship um ein ganz altes Game die Nachtschiff oh komm schon, Solji du willst doch sterben, ich weiß es oh man immer wenn sie fahren kann ich sie nicht oh da schon Spy Spy, du warum liegt man die Rache da nur so rum ok das ist ja auch schon mal passiert man hat die Rache einfach nicht explodiert du hast dich stark genug geworfen das war nicht mal nah, aber ok oh der Spy hat jetzt zum Sniper gewechselt, weil er mir das Heimzahlen will anscheinend oh das leckt man wieder ein bisschen oh jetzt fliegt der Pyro vor mir, jetzt fliehst du ich lösche mich mal selber mit der Rattex ich bepiepie es mich selber das du so tief singst ja ich hab eben kein kein Geld für Wasser haha in Teamfotos 2 sind alle so a, nein sind sie nicht sind sie nicht ach fuck weil ich denke ihr seid zwei Minuten mit der Angelegenheit zu sehen und es ist tot und es ist tot und es ist letztlich voll in Frage na jetzt kommt es bei du willst sterben, ich weiß es dein Hut irritiert mich ab du bist nein jetzt kommt ein anderes bei ich hab schon wieder Wölfe gefunden ich hab schon wieder Wölfe gefunden hast du Wölfe gefunden? in deinen Hosen drauf? wow das scheitert du wow Klauberschuss impressive auch schon, der war auch nichts von mir der benennt der äh der gibt seinen normalen Waffe gibt einen Namen ha in dem Moment der Terrier ne der No Scope obwohl er obwohl er trotzdem scoped wow ihr konntet gerade sehen in der Aufnahme was er für ein Pro was für ein Unglaublicher er steht einfach daran um das ich hätte gegeben ja und er verpasst mir kaum schlüsse obwohl ich bin wir sind wieder mal Wölfe und alle drei 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 und ich hab' ne Hexe gefunden Rau so auch ja danke hier statt alles Kiki Alter was für kleines Kind das gehört nicht in solche Spiele rein auch und die Hexe ist tot und wieder da wird 10 Euro von sie lässt 10 Euro fallen die Hexe lässt 10 Euro fallen wow sind Geld und Goldeinheiten wenn wie du willst Euro ist moderner wow Hexen sind auch so modern ich hab 45% Dusen das heißt ja Dusen heißt wenn du Gegner umbringst dann ist die Chance dass der besondere Gegenstände für dich hat oh Gott oh Gott ich glaub du wirst wieder sichtigt nach dem Spiel aber irgendwie lassen will von Bern nicht fallen weil sie auch nichts haben die haben kein Geld ja doch die haben schon mal Geld fallen lassen oh mein Gott ja die haben wohl nicht gut gefrühstückt schon wieder ein Volk schon wieder ein Volk hatte diesmal auch wieder hatte diesmal Geld wow alter ne das die haben kein Geld ich werde mal an Vergiftung man hier sind lauter Spikes weißt du das? ne ne jetzt weiß ich wow das epische fail ausweichmanöver vom medic hier oh mein Gott so jetzt kommen alle Pyros hier jetzt kommen alle Pyros jetzt wird geschmort schmort schmort na los na los darf ich sterben boah ey war das knapp ich hab mir noch mit einem HP überlebt und ich hab gebrannt schmort n jeder laufe ich gerade hier durch die Wälder und suche nach Fein ich bin du läufst durch die Wälder und suche nach kleinen Kindern kleine Kinder ich will doch mal wie ein Bestes wow was für ein Pro ne kleine Lernstunde mein Meister ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin holzhammer schlachter 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 durch mein Gott schlachter durch für einen langsamen und qualvollen Tod hey alter hör auf mich zu schucken Angie du Angie wegen die hab ich sie vermasselt das schlachter wenn jetzt immer das Video gebraucht und während der ist dann du weißt was ich erwartet ich 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 habe einen Gegner zu den sieben die noch verfehlt werden aber nicht auch zu der als erster gezielt hat vorher gut auf den Proben Prozent 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 Euro Prozent Prozent den Karten mit zwei weiterlaufen wird wohl still wenn das drüben und auch schon er St sind die Zauber eine kleine Bombe kündigte Probe das ist die Straf und die kleine Gebäude die Stiftung in der Vorbereitung war ein paar da kommt der Polkoppoppel die Momente der Bewerber war knapp werden sollte dann heißt der Fall noch etwas zurückgeben bevor wir die nicht fallen und konnte auch stellen und dann die die Feindescope nicht mal mehr die die Ziel nicht mal mehr oh jetzt zielt er jetzt zielt oh jetzt zielt er nicht oh man Gott ja so jetzt haben sie aus jetzt haben sie ausgedacht oh mein Gott das ist es entdeckt hat aufgebaut auch der Kopp ich versuche es aber sie hat mich interessiert gut ich hab's geschafft aber ich werde gehalten von Medik das ist ja sehr nett wow das Scout hat gerade ein super Ausweichmanöver gemacht und tot und tot und tot und tot und tot auch hey nimm mir nicht die Kills weg hier nimm mir hier hat mir gerade Alter voll gemein den Kill gestohlen auch Give Items da versucht ihr zu hacken ein im Jet im Jet im Jet ich töte jetzt noch fast und dann kommt gleich noch raus und dann kommt gleich noch raus Soldiers ich nehme nicht meine Money weg sonst werde ich ganz böse oh eine helle Bade ich bin der ist ja jetzt gerade getanzt und das darf ich im Kopf zu verpassen der wird sich so gefreut dass ein Kopfschuss mitkommt da muss man einfach tanzen oder und schon nicht tanzen wenn du gleich Kopfschuss bekommst ich bin mit Progut mit der Vorbereitung in der Handgeschichte es gibt es ja ein sehr sehr lieb es gibt mein Gott bin ich ein Pro überwürdig sind mitgegangen Prozent er ist es gerade ein Prozent Geräte oder aufgetaut werden mit dem Mann oder Euro die Zauber und wird heute tut ich muss mehr Bomben aufstellen St St er er ach so der war überheilt jetzt nicht mehr aber ich glaube ich habe ich glaube auch auch kommt schon mit dem kommt und das war es ist sehr wichtig und beweglich erkannt und wirklich weiter und bald stellen aber oder okay der L hat da ein unglaubliches Stil und in der wenn wir mit dem Leben er ich habe die Spiel auch spielst du bei den Kassel ich habe das Spiel aber ich spiele es trotzdem Prozent Ah, also ich beende die Party, also bis nachher, ciao. Ciao.